Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's, Harlid von Filmenlernen.com und diesmal die besten Videobearbeitungs-Laptops, die es zur Zeit für Geld zum Kaufen gibt. Ich habe davor schon mal ein separates Video zum Thema die besten Videobearbeitungs-PCs gemacht. Den Link zu diesem Video werde ich in die Videobeschreibung packen, damit ihr das anschließend zu diesem Video auch dann anschauen könnt. Dann fangen wir gleich mal an. Laptop vs. PCs, was sind die Vorteile von Laptops? Das letzte Mal habe ich ja die Vorteile von den PCs aufgeschrieben und diesmal die Vorteile von Laptops. Mit deinem Laptop ist die Mobil, du kannst es überall mitnehmen, sie sind kompakt und benötigen wenig Platz. Sie bieten mittlerweile fast die gleiche Leistungsstärke wie die Desktop-PCs, das heißt, hier hingst du bei keiner Sache eigentlich so richtig nach. Dein Laptop ist immer und überall dabei. Ich persönlich bin ein Favorit von den Laptops, habe seit Jahren mein MacBook Pro und bin sehr zufrieden damit, obwohl ich davor mit einem Desktop-PC gearbeitet habe. Die Nachteile von Laptops, sie können teurer bei der Anschaffung sein, das heißt, sie sind meistens teurer. Es ist schwierig, die Komponenten später aufzurüsten und die Akkulaufzeit nimmt mit der Zeit ab, das heißt, ihr müsst den Akku dann von Zeit zu Zeit auch austauschen lassen. Bei mir wird es bei meinem MacBook Pro nach fünf Jahren auch endlich mal Zeit. Das sind eben die Nachteile von den Laptops, die man haben kann, aber wie gesagt, man kriegt ja nicht alles. Jetzt können wir gleich mit unserer besten Liste anfangen. Du kannst gerne unseren YouTube-Channel abonnieren. Ich würde mich über einen Like bzw. einen Share oder einen Kommentar zu diesem Video auch freuen. Dann starten wir doch gleich mit unserer besten Liste der besten Videobearbeitungs-Laptops, die es zurzeit für Geld zum Kaufen gibt. An auf Platz Nummer eins der MacBook Pro 16 Zoll, welcher letztes Jahr auf den Markt gekommen ist. Hier haben wir ein riesiges 16 Zoll Retina-Display, High-End-Komponenten mit Leistungsstärke, Grafikkomponenten, die extra für Grafikarbeiten und Videobearbeitung entwickelt wurden. Also ideale Laptop für Grafiker. Er wird nicht langsam, hat eine sehr gute Akkulaufzeit, funktioniert besonders gut mit Final Cut Pro, der Software von Apple persönlich und braucht leider Gottes einen Adapter für den Videotransfer seit der neuen MacBook Pro Variante. Platz Nummer zwei, Gigabyte Aero 15 OLED. Hier haben wir eine Windows-Alternative, ein sehr leistungsstarkes Paket, High-End-Windows-Laptop, super Alternative zum MacBook Pro 16, extra für Grafikarbeiten und Gaming entwickelt. Das heißt, wir haben hier modernste Komponenten für Grafikarbeiten, aber auch für Gaming. Es bietet einen 15,6 Samsung AMOLED Display, hat einen eingebauten SD-Card Reader, Steckplätze für USB, Thunderbolt. Somit ist Datenübertragung ohne Adapter möglich, was einen Vorteil im Gegensatz zum Apple hat. Auf Platz Nummer drei haben wir den MacBook Pro 13 Zoll. Wir haben tatsächlich einen zweiten Apple MacBook Pro eingebaut, diesmal die 13 Zoll Variante, die ein bisschen kleiner ist. Dieser hat nämlich den revolutionären M1 Apple Chip, welcher für extreme Leistungsstarkerung und längere Akkulaufzeit zorgt. Und es ist damit der beste Laptop für Videobearbeitung im mittleren Preissegment. Hier eine totale Empfehlung, extreme Revolution in der Laptop-Industrie. Dann Platz Nummer vier, Acer Concept D7 Pro. Hier haben wir nochmal eine Alternative für Windows-User. Der modernste Windows-Laptop, extra entwickelt für Video- und Bildbearbeitung, kann aber auch als Gaming-PC hergenommen werden. Brillantes 15,6 Zoll Ultra HD Display mit sehr hoher Farbgenauigkeit. Hat einen eingebauten SD-Card Reader, das heißt hier brauchen wir auch keinen Adapter, Thunderbolt, USB-Checkplätze. Es kann wie gesagt auch als Gaming-Laptop verwendet werden. Dann Platz Nummer fünf, Razer Blade 17, unser letzter Platz auf der besten Liste. Riesiger 17,3 Zoll Display gepaart mit modernsten Komponenten, machen diesen Laptop zu einer guten Wahl. Wenn es um Video-Bearbeitung geht, eignet sich auch als Gaming-Laptop. Mögliche Alternative zum Apple MacBook Pro 16 Zoll. Hat auch einen eingebauten SD-Card Reader, Steckplätze, USB und Thunderbolt. Für uns persönlich oder für mich persönlich ist der Apple MacBook Pro in der 16 bzw. 13 Zoll Variante die Favoriten, weil ich mit Final Cut Pro arbeite und nie von der Leistung her enttäuscht wurde. Ich kann euch deshalb auch den Apple MacBook Pro empfehlen. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video helfen können. Lasst bitte einen Kommentar, einen Like da, einen Share da. Ihr könnt auch den YouTube-Channel gerne abonnieren. Wir sehen uns bei einem neuen Video. Harlitt von Filmenlernen.com Filmenlernen.com